Auf Hawaii haben Angehörige der US-Streitkräfte des Angriffs auf den Stützpunkt Pearl Harbor im Jahr 1941 gedacht. Am Morgen des 7. Dezember 1941 griffen mehr als 350 japanische Kampfflugzeuge den Hafen auf der Insel Oahu an. 2.403 US-Amerikaner kamen ums Leben, unter anderem beim Untergang eines mit Munition beladenen Schlachtschiffes, das von Sprengkörpern getroffen worden war. Insgesamt wurden während des Überraschungsangriffes der japanischen Luftwaffe 21 amerikanische Marineschiffe versenkt und 188 Flugzeuge zerstört. Einen Tag nach dem Angriff auf den hawaiianischen Stützpunkt der Pazifikflotte erklärten die Vereinigten Staaten Japan den Krieg und traten damit in den Zweiten Weltkrieg ein. Was suddenly und deliberately attacked.